Du weißt flexen statt schätzen. Willkommen wieder zu einer neuen Folge von Dayshift at Freddy's. Wir wissen ja, dass das Spiel gut ist, glaube ich. Ja, und darum, ja keine Ahnung, wir machen heute sehr viel. Also ich werde ein bisschen cutten, weil... Sonst seht ihr einfach die ganze Zeit, dass ich die ganze Zeit nur, die ganze Zeit gehe und so. Erstmal muss ich gucken, was ich alles machen muss. Okay, wir machen erstmal ein bisschen Geld. Und dann, ja keine Ahnung, dann gucke ich erstmal dann, was ich dann mache. Weil ich muss ja sehr viele Sachen kaufen. Ich kann noch Cake machen, oh scheiße. Ja, danke, cool, danke. Scheiße, nein! Okay, ähm... Was muss ich nochmal kaufen? Ich will erstmal meine Infantory. Äh, okay, äh, wo? Wrench. Ich habe ja noch Mikrofon, Crowbar. Okay, warte mal. Wir machen das gleich, das mit diesem Saladbar. Also wir sehen uns gleich wieder. Okay, dem geht es nicht mehr so gut. Ach, scheiße, das habe ich ja schon gemacht. Was kann ich eigentlich mit ihm machen? Even you can... Even you can... Okay, äh, Crow? Achso, das hat ja nur das da. Okay, ähm... Was soll ich eigentlich machen? Oder soll ich einfach zum nächsten Tag gehen? Ja, ich glaube, ich gehe zum nächsten Tag. Es erscheint nichts Neues. Außer, dass ich noch... Achso. Ähm... Warte mal. Kann ich das reparieren? Okay, scheiße. Okay, ich spiele einfach... Ich habe doch... Äh, ich habe das doch schon... Äh? Äh? Ich habe doch das... Äh? Okay, keine Ahnung, wieso ich das immer noch habe. Alter, was mache ich hier? Ich bin fast tot. Gib mir mal ein Herze. Oh nein, jetzt kommen diese fetten Hunde. Oh mein Gott, nein, da ist ein Herz. Äh, ich habe das doch letztes Mal schon durchgespielt. Oh scheiße. Oh nein, ich weiß nicht, wieso ich das nochmal spiele. Ja, okay, ja, mach an. Oh mein Gott. You lost. Danke, Mann. Das ist ja voll nett von dir. Okay. Ähm. Was soll ich nochmal machen? Na, ich bake ja jetzt einfach nochmal zwei Pizzas und dann kann ich... Okay, nein, geh weg. Wir können eigentlich nur noch... Okay. Ich habe das gelap, Leute. Okay. 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 Sollte ich nicht in diesem Safe-Booom sein? Äh, was, hä? Ey, yo. Nein, 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 wir sind diese Story wieder. Oh. Nein, 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 nein. Oh, nein, 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 wir müssen hier nur folgen, danke. Oh, mein Gott, Alter, ich dachte schon, ich muss hier... Alter. Das Fette ist, dass ich jetzt die ganze Zeit da diese Hintergrundgeräusche höre, aber das ist voll scheiße. Hallo? Alter! Achso, das sind diese zwei. Jetzt bin ich überhaupt Fungi. Okay. Das ist in his suit, it's a whole time. Ist das Spring Bonnie? Oha! Wow, this room is being sealed up with the suit inside. Okay. Okay. It's all up to you now, Scott. Und? Hä? 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 Wie ist das jetzt ganz Problem? Oh mein Gott. Time to start work. Boy, I can just feel that today is gonna be gross. Alter! Das ist ein Brötchen. Okay. Okay. Try to pick the rock, check your phone phone, go home you little, okay. Junge, ich hasse diese Hintergrundgeräusche von Freddy und diese, Junge, du willst mich verarschen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What on earth are you doing there? Did you get the memo? Nee Mann, Alter. Nein. Alter. Ich kann nicht mehr diese Hintergrundgeräusche hören, Alter. Die sind zu scheiße, Mann. Ähm. Was soll ich machen? Ähm. Ähm. Pfff. Ja, ja, fang fo- You're the foxy. Ey, yo. Kann ich jetzt den nächsten Tag starten? Bitte. Junge, ich höre immer, was dieser Geräusche. Junge, das Spiel ist so scheiße. Das sagen ich euch. Ey, das ist so scheiße, Mann. Kann ich jetzt einf- Tomorrow? Hä? Das war schon der- Hm? Ich höre immer noch die Hintergrundgeräusche. Die chokingale Zockeräusche. Mach so richtig? Perfieh. Perfieh. Meg fantástico! Perfieh. Perfieh. Nein, 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 was hast du getan? Hä? Ja. Ja, boah, wann kann ich wieder chillen? Och, endlich. Ja, 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 ja Wieso ist da Micky Maus? Junge, ich sterbe gleich. Junge, seid hässlich. Junge, seid mit ihr hier drin. Junge, seid ihr hier drin? Jemand, habt ihr Oh Ah, nee, nee, nee. Ich will einfach... Ich will jetzt... Was war das? Ist das? Ist das ein Lion? Nein. Fass, fass oder was? Es ist... Oh mein Gott! Blut, blut! Alter! Ey, yo! Ich bin tot. Bad ending. Thanks for playing my game, Bov. Nein! Nein! Es gibt mehr Endings, was hab ich denn... Okay, ich suche jetzt den, ähm... Gut sind das Ending oder so. That's your last time to... Ja, ja, ja. Okay, ähm... Ich kann noch sterben von Springboks. Ja, ja, ja. Ey, Mickey Mouse ist einfach der Beste. Jetzt, ja. See? Perfekt. Danke. Ey, yo! So, geht mal ein bisschen weg. Ähm... Ich sag einfach wieder... What? Huh! Ey, der ist hässlich! What the fuck? That's not even a kid. Das ist so... Ey... Finally caught the killer. This entire... Mr. Cawthon gave us a... Your boss. The phone man. Come quiet. The phone man. Do a flip! Jetzt könnt ihr nix mehr machen. Jetzt könnt ihr mich nicht behaupten. What the fuck? Hehehehe. Hehehehe. You will just have to die there on the floor. Oh man. Das ist ein Toll you're sending. Alter! Das ist die beste Musik. Ey, das ist einfach die beste Musik. Ist das Copyright? Oh scheiße. Alter, was? Okay. Okay. Das war... War das schon das letzte? Ich... Warte mal. Okay. Ich... Ich hab die... Dieses Toe Ending. Das kann ich nicht erreichen. Keine Ahnung wieso. Aber ja, ich hoffe... Euch hat's gefallen, dass ihr dieses Let's Play geschaut habt. Mich auch freuen. Ja, sonst... Liked das Video und abonniert mich, wenn ihr mehr von irgendwelchen FNAF spielen wollt. Und wenn dieses Video 5 Likes erreicht... Wird's eh nicht. Spielt euch gleich auf The Freddy's 2. Ähm... Ja. Also... Ist da auch Entscheidungen. Und sonst ist hier... Der Outro. So...